Hallo und willkommen zu diesem neuen Infovideo. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um ein Thema, das wir alle zu Genüge auf diesem Kanal bereits kennen. Betrug beim Online-Trading. Betrüger geben sich als vermeintliche Helfer aus. Online-Trading bringt ein hohes Verlustrisiko mit sich. Hierzu kommt, dass Anleger schnell an unseriöse Trading-Plattformen in ganz Europa geraten können. Doch damit nicht genug. Dubiose Dienstleister, falsche Streitschlichter und vermeintliche Aufsichtsbehörden bieten Betroffenen an, verlorenes Geld wieder zurückzuholen. Darauf sollten sich Anleger auf keinen Fall einlassen. Es droht nur noch mehr Verlust. Unseriöse Trading-Plattformen. Bei CFD und Afrox Trading sowie binären Optionen handelt es sich um ein hochspekulatives Geldgeschäft, also Geldanlagen, bei denen ein hohes Verlustrisiko besteht. Dennoch gibt es im Internet zahlreiche Angebote. Wie so oft treiben auch hier schwarze Schafe ihr Unwesen und locken Anleger mit lukrativen Gewinnversprechen ohne Verlustrisiko auf unseriöse Trading-Plattformen. Nach den ersten angeblichen Erfolgen erleiden die Anleger nur noch Verluste bis hin zum Totalverlust oder die vermeintlichen Gewinne werden nicht ausbezahlt. Einmal betrogen möchten Betroffene ihr Geld natürlich gerne wieder zurückhaben. Tja, diesen Umstand machen sich Betrüger und dubiose Dienstleistungsfirmen ein weiteres Mal zu Nutze. Angebliche Behörden, Anwaltskanzleien, Steuerberater oder Schlichter vermitteln geprellten Anlegern die Hoffnung, ihr Geld zurückzubekommen. Betrüger spielen Seriösität vor. Die Internetseiten der selbsternannten Retter in der Not sind grafisch aufwendig gestaltet. Logos und Firmennamen lassen an bekannte Kanzleien sowie europäische oder europäischen Instituten oder Schlichtungseinrichtungen denken. Auf einer Homepage heißt es etwa, wurden sie von einem Broker betrogen? Wir haben uns auf Onlinebetrügereien spezialisiert und helfen den Opfern, ihr Geld zurückzubekommen. Wir legen Streitigkeiten mit Händlern schnell, effizient und unvoreingenommen bei. Kontaktieren Sie uns! Dazu ein Werbevideo, in dem eine junge Frau Ehrlichkeit und Transparenz verspricht. Wer sich näher auf den Webseiten umschaut, findet auch ein Impressum mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Häufig wird ein Firmensitz in Großbritannien oder auf Malta oder Zypern angegeben. Auch Mitgliederlisten angeblicher Partner und Mitarbeiter sind aufgeführt. Kurzum, alles wirkt professionell und erscheint seriös. Dass sich hinter dieser Fassade die dubiose Hinterleute mit betrügerischen Absichten verstecken, ist auf den ersten Blick schwer zu erkennen. Betroffene Anleger können sich an die zuständige Finanzaufsichtsbehörde wenden. Die Unehrlichkeit beginnt damit, dass die vermeintlichen Behörden oder Kanzleien vorgeben, von Amts wegen eine rechtliche Handhabe gegen verdächtige Broker zu haben. Dies ist jedoch keineswegs der Fall. In der EU hat jedes Land eine offizielle Finanzaufsichtsbehörde. Nur diese ist befugt, rechtliche Verstöße zu verfolgen. In Deutschland ist das die Bundesanstalt für Finanzdienstaufleistung, oder Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin. Vermeintliche Helfer locken Anleger in die Falle. Die falschen Streitschlichter der Kanzleien können, wenn überhaupt, nur schlichten oder gerichtlich gegen die Anbieter vorgehen. Sie sind außerhalb eines Gerichtsverfahrens auf eine Einigung zwischen Broker und Anleger angewiesen. Das heißt, ja, also auf das Gespräch. Dass der Broker freiwillig Gelder zurückzahlt, ist stark zu bezweifeln. Auch stehen die vermeintlichen Helfer in einem Interessenkonflikt. Denn häufig sind die Broker, die vorgegangen werden soll, als Mitglieder oder Kunden aufgeführt. Also auf der Webseite der angeblichen Helfer. Dass die Schlichter nun bei ihren eigenen Mitgliedern Gelder von geprellten Anlegern einfordern, ist ebenfalls sehr schwer zu glauben. Vielmehr ist zu vermuten, dass Schlichter und Broker unter einer Decke stecken und gezielt Privatanleger ein zweites Mal ausnehmen wollen. So ist auch zu erklären, woher die Helfer die Kontaktdaten der Verbraucher haben. Damit nicht genug. Da die dubiosen Broker auf den Firmenwebseiten als Mitglieder oder Kunden aufgelistet sind, werden die Internetseiten der vermeintlichen Helfer von Suchmaschinen leicht gefunden. Im Klartext sucht ein Betrugsopfer im Internet nach Hilfe. Ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er direkt in die nächste Falle tappt. Betrüger wissen, wie ihre Opfer gestrickt sind. Wer einmal Geld beim Trading verloren hat, ist leider meist auch ein zweites Mal bereit, Geld zu zahlen. Betrüger sind sich dessen bewusst. Die Opfer müssen nur entsprechend angesprochen und überzeugt werden. Und so werben die dubiosen Dienstleister, falschen Streitschlichter und vermeintlichen Aufsichtsbehörden in einschlägigen Foren und auf unterschiedlichen Kanälen wie YouTube für ihre angebliche Opferhilfe. Einige geprellte Anleger berichten, dass sie direkt telefonisch kontaktiert wurden. Sie haben doch Einsätze beim Trading verloren. Wir können helfen. Verbraucher wundern sich, woher die angeblichen Helfer ihre persönlichen Daten haben. Hier kann nur vermutet werden, dass diese von den betrügerischen Brokern selbst gesammelt und übermittelt wurden. Angeblich zurückgeholtes Geld wird zwischengelagert. Nachricht, dass das verlorene Geld angeblich wieder, tja, aufgetrieben werden konnte. Aus Sicherheitsgründen sei es auf ein ausländisches Bankkonto transferiert worden, zum Beispiel auf den Cayman Islands. Betroffene werden von den Hinterleuten dann mit fadenscheinigen Argumenten wie Geldwäschegesetz und angeblicher Forderung von Sicherheiten durch die Europäische Union oder anderen Stellen zu weiteren Zahlungen aufgefordert. Erst dann könnte das gerettete Geld ausbezahlt werden. Für die vermeintliche Hilfe, das verlorene Geld zurückholen, sollen im Voraus mehrere hundert Euro gezahlt werden. Unseriöse Zahlungsaufforderung. In einem Schreiben wird geprellten Anlegern weiß gemacht, dass das verlorene Geld wieder beschafft werden konnte und auf einem ausländischen Konto zwischengelagert wird. Eine Sicherheitsdienstleistung von 6.500 Euro müsse noch bezahlt werden. Das verlangt angeblich die Europäische Union. Leute, zahlt niemals in solchen Forderungsfällen. Informiere Dich vor jeder Geldanlage oder sonstigen Zahlungen umfassend über Trading-Plattformen, Online-Broker oder angebliche Aufsichtsbehörden und Dienstleister. Mit einer einfachen Internetrecherche lassen sich Erfahrungsberichte und Warnungen anderer Nutzer finden. Außerdem erklärt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also die BaFin, wie man unseriöse Anbieter erkennen kann. Wenn Du Opfer eines Anlagenbetrugs geworden bist, solltest Du schnellstmöglich Anzeige bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft erstatten. Außerdem solltest Du den Betrug immer der BaFin melden. Betrüger geben oftmals einen ausländischen Firmensitz an, beispielsweise eine Limited, also L-T-D, oder eine Corporation, C-O-R-P. Hier ist Vorsicht geboten. Gebt am besten die Unternehmensadresse in den Suchmaschinen, also z.B. Google oder bei Google Maps sogar direkt ein, wenn sich unter der angegebenen Adresse keine Firma findet oder aber viele weitere Firmen, ist das ein Warnzeichen. D.h. Ihr nehmt einfach den Namen der Firma, kopiert das direkt bei Google rein, schaut erstmal, was da passiert, also nicht die Domain oben nehmen aus dem Internetkopf, sondern nehmt den Firmennamen, der bei denen auf diesem angeblichen Impressum angegeben ist. Oder eben Kontakt über uns. Manchmal findet man was auf diesen Seiten und das gibt man direkt bei Google ein. Und dann schaut Ihr Euch zunächst erstmal logischerweise die Google-Suchergebnisse an. In vielen Fällen weiß man hier schon, worum es geht. Aber um sich sicher zu sein, ob diese Firma überhaupt existiert, klickt mal direkt auf Google Maps. Dann bekommt Ihr die Karte angezeigt, wo sich die Firma befindet, falls es diese Firma gibt. Schaue auf den Kartendiensten auch die Fotos zu den jeweiligen Adressen an. Wird z.B. ein Privathaus auf dem Land gezeigt, wird es sicher sehr wahrscheinlich nicht ein Trading-Unternehmens-Firmensitz sein. Wenn Euch Unbekannte kontaktieren und sie zu Investitionen überreden wollen oder angeblich verlorenes Geld beschaffen können, geht bloß nicht darauf ein und gebt niemals private Daten oder sogar Kontonummern von Dir preis. Vermeide in diesem Zusammenhang auch Überweisungen. Das Geld siehst Du in der Regel auf keinen Fall wieder. Lass Dich nicht von Personen täuschen, die als Behördenmitarbeiter oder Rechtsanwälte oder sonstige Dienstleister sich eben ausgeben und sich bei Euch einfach telefonisch oder per E-Mail ungefragt melden. Wenn man irgendein Problem hat, dann meldet man sich ja selbst bei der Polizei. Und es kommt keiner zu Euch und sagt, guck mal, ich habe hier Euer Geld. Ich hoffe, ich konnte Euch mit den Informationen ein bisschen weiterhelfen. Im Grunde genommen ist ja alles bereits schon in den Videos mehr oder weniger immer mal aufgetaucht. Hier aber mal als zusammengefasste Version, damit man sich eben mal am Stück darüber ein Bild machen kann. Ich hoffe, Euch hat dieses kleine Infovideo gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn Ihr keine weiteren Informationen mehr verpassen wollt. Am besten mit Glocke, dann gibt es auch immer eine Information dazu. Hier auf dem Kanal gibt es natürlich auch jede Menge Callcenter-Gespräche mit anzuhören, wie eben sowas abläuft. Teilt gerne die Videos von mir mit Euren Freunden, Verwandten, Bekannten. Genau die, die Ihr eben schützen möchtet. Ansonsten schaut Euch jetzt hier gerne noch ein weiteres Video aus der Playlist an. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.